Wir kneifen die Augen so und ich bin hundemüde und deswegen habe ich die Sonnenbrille auf, dass man nicht so sehen kann, dass ich so träne Augen habe, wo alles runter ich habe also schlupfen, dann beißen mich die Augen. Was machst du da Pussy? Pussy sitzt schon wieder in der Obstschale. Ich wollte eben erzählen, warum ich YouTube mache, weil ich da gerade Lust zu habe, auch auf die Gefahr hin, dass ich angefeindet werde von Leuten, die mir das nicht gönnen. Es gibt so einige, naja, viel habe ich nicht zu sagen, außer dass das Idioten sind. Und, ja, ich hatte nun mal Lust dazu. Eh, naja, gut, jetzt mache ich eben Schluss. Ein andermal erzähle ich mehr. Ich gehe jetzt im Nest. Ich bin sowas von müde.